Penner! Aua, er hat mich getroffen. Aha, hab ich ihn gekillt? Jo, und hallo zusammen zu einer neuen Runde Infinite Crisis. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach so, hast du das schon gesagt? Ja, darf ich mal gucken, ob du nicht das nächste Mal dabei bist. Oh, geil. Hast du schon eine Folge aufgenommen? Ja. Boah, die Joke gibt's auch. Ich kenn's nicht, das Spiel. Aber ich spiel' Batman, ich spiel' Batman. Was hast du da? Du bist ein Vampire-Batman. Ich hätt' eigentlich gerne Arrow, aber der ist schon gewählt von jemandem. Ein Spartakus. Oh, Batman, fuck, es gibt Batman. Ich nehm' den Joker, den kenn' ich schon. Ich nehm' Batman. Weißt du, das Batman war mit Superhero damals. Ja. Die alte Serie, oder was? Die alte, natürlich. Und? Kennst du den Batman? Und? Kennst du den Batman von 1991, den Film, wo Jack Nicholson der Joker war? Ja. Das ist mein Lieblings-Batman. Und mein Lieblings-Joker. Mag den neuen nicht. Und? Ich find' den neuen am besten. Ja, eh klar. Trimte mit den... Ne, Schatz. Aber, ich versteh's. Ich hab' meinen ersten Batman, will ich euch jetzt kurz erklären, kannst traurige Musik entspielen, im Kindergarten bekommen. Das war ein arrangener Batman aus der Comics-Serie. Nein, dann hast du Robin bekommen. Ne, 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 das war ein Batman. Und, hör mir zu, und der wurde mir gestohlen. Was? Im Kindergarten. Mein erster Batman wurde mir gestohlen. Von wem? Das weiß ich bis heute nicht. Aber, er wurde mir gestohlen. Der wichst ja bestimmt heute noch drauf. Ja, also, den ich von meiner Mama bekomme damals, der wurde mir gestohlen. Was? Ja, weißt du wie? Ich hab' so gemeint, das war mein erster Batman. Weißt du, wenn ich den behalten hätte, wär' ich vielleicht heute noch Batman. Das ist echt schrecklich. Dann wärst du heute nicht Batman, wenn du den behalten hättest? Vielleicht, ja. Oh, geil. Da kommen sie. Oh, cool. Ich hab das noch nie gezockt. Das sieht so cool aus. Oh, es ist so anders. Oh, schau, schau. Ich komm' als letzter. Ist egal. Was bin ich denn für'n Joker? Wieso bin ich denn so'n fetter Joker? Siehst du das? Ja. Auf P kannst du auch kaufen, ne? Achso, warte mal. Stimmt. Ich sollte mir was kaufen. Aber ich kauf mir Re-Commented-Sachen. Null Wache. Ich auch erstmal. Oben sind die Empfohlenen, oder? Ja. Um Gottes willen. Ich kauf mir einfach. Lebenspunkte angepasst, wird schon passen. Das kauf ich mir. So, was kann ich mir noch kaufen? Nee. Das ist so unübersichtlich. Lebenspunkte. Ja, ich bin glaub' ich ein... Ne, ich müsste eigentlich auf AP gehen. Ach, der hat ja andere Sachen auch. Ach, lol. Das sind andere Joker dann. Stimmt, ich kenn' mich nicht. Ich kenn' mich ab. Was ist das? Was ist das? Stinkendes Hackmesser. Power-Schaden. Was ist das? Aber auf jeden Fall Power. Das ist voll komisch. Ich will das haben. Was will die Zuschauer wieder haben? Ich kenn' mich an den Scheißdreger aus. Hol' ihr diese Points hier. Die Dinger muss er übernehmen. Wie bei Dominion. Ja, ich will mal... Ja, ich will mal... Ich will das kaufen. Toll, der Gegner hat die Metro Station besetzt. Oh, so, ich geh' ja schon. Ich geh' schon. Das Wellenviertel haben wir dafür schauen. Ich nehm' da das da. Und was ist das? Ich wollt' jetzt... Ich wollt' jetzt oben das holen, aber da kommt noch jemand hin. Oh, das soll ich nicht kennen. Was, wo bin ich? Oh Gott, ich kenn' mich nicht um. Ein Punkt verfügbar. Ich mach' den. Oh geil. Oh, w-w-w-w-w-der, der... Das ist Autos sind die Bösen? Ja. Was? Die Autos sind die Bösen? Was? Keine Ahnung, das ist ein Auto. Schau. Ne, der wirft das. Der trägt das und hat das wahrscheinlich zu dir... draufwerfen. Mach' das kaputt. Penner! Oha, er hat mich getroffen. Oha, hab' ich ihn gekillt? Oho. Konsumieren. Ich hab'n Geger gekillt, sagt sie gerade. Lol, ich kann so'n Auto gegessen gerade. Gegessen? Ja. War das gut? Das ist gut. Joker ist auch... Also, weil du vielleicht ein fatter Joker bist, ne? Vielleicht ist halt. Vielleicht ist er gerne, ne? Der fatter Joker. Das kann schon sein. Warte, ich nehm' das anders. Muss ich einfach nur drinstehen, oder was? Ja. Ah, okay. Oh, ein Punkt verfügbar. Was macht denn meine Ehe hier? Oh Gott. Oh! Yes! Oh, ich... Weißt du, weißt... Ich wär' ein guter Batman geworden. Ich wär's sehr. Meinst du? Ja. Huhu! Hoffentlich krieg' ich den. Komm, den muss ich kaputt machen. Irgendeiner hat die Tankstelle besetzt. Wo macht der sowas? Ich weiß' nicht. Vielleicht, weil er abends noch spät Alkohol kaufen will, oder so. Zwei. Oh, nein! Ich will nicht... Jawohl, ich hab' einen gekillt. Nein! Rot! Ich bin tot! Ich hab' einen gekillt! Schügel-Li-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Der Waittower ist oben. Team-Control-Punkt neutralisiert. Okay. Kann ich noch irgendwas konsumieren? Was sagst du da? Was? Ich fühl' nicht... Eure, ich glaub' nicht... Was ist denn das? So, den Punkt hab' ich. Was mach' ich auf zwei? Weiß' ich auch nicht so genau. So, ich geh' mal eben schnell hier zur Base zurück und kauf' was. Und man kann sich auch heilen in der Base, ne? Ja. Wieso bin ich denn dann so'n fetter Joker, ey? Voll komisch. Versteh' ich nicht, ich versteh' es nicht. Wir sind Rain-Tower besetzt. Lebenspunkte, Lebenspunkte. Ich hätte aber auch gerne hier irgendwie mal so'n bisschen... Irgendwas anderes. Ich hab' auch kein Problem, ich wollte das. Power-Abwehr. Lebenspunkte. Äh... Oh, ich geh' nicht! Angriffsabwehr, Lauftempo, da tu' ich mir. Ne, da tu' ich mir doch nicht. Warte... Oh, unter den Namen... Über den Namen leucht' ich mir sowas empfohlen auf. Was ist das? Ja, warte als nächstes kaufen soll's. Das hab' ich jetzt doch mal gekauft, einfach. Okay, mach' ich das? Ah, oh, ich... Oh, ich bin der Dark Knight. Ich hab'... Oh, geil. Oh, guck' mal, wir... Wir haben im Moment drei Punkte. Ich... Okay, ich komm' einfach über das Empfohlen, ne? Das wird schon passen. Ja, für'n Anfang wird er doch passen. Aber ist bei Loy ja genauso. Überwachungskamera. Okay. Also, es ist schon, äh... Ein bisschen verwirrender als LOL, find' ich. Ja, ist... Ich glaub' aber nur anfangs. Vielleicht. Ich komm' jetzt auch noch zu den beiden da unten. Hast du auch zu Stiefeln oder so? Stiefeln? Ne, ich glaub' nicht. Schau' auf. Oder ist das Motorrad? Jawoll, du hast ihn gekillt? Hab' ich ihn gekillt? Ja, ich hab' ihn. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin gelähmt. Geh' ihn ab, ey. Ja. War ich da? Oh. Jetzt hab' ich irgendeinen gegessen, aber... Was gebracht hat, weiß ich nicht so genau. Ich bot mich zurück mit B auch, LOL. Ja, auch mit B? Ja, LOL. Ja. Aber ist es... Ist es... Ist es, ähm... Gut ankommen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Okay. Es ist schon ein bisschen verwirrend da. Ja, gut. Ist halt andere Skills, andere Dinger, ne. Ich mein' bei LOL ist das am Anfang auch so. Wenn du das erste Mal einen Charakter spielst... Ja. Ich glaub' ich... Oh. Aber ich weiß auch nicht, warum der jetzt nicht angegriffen hat, den Nab, ey. Okay. Ein Punkt verfügbar. Du liegst da. Oh, shit. Ein Punkt verfügbar. Ah, okay. Jetzt kann ich hier so Ratten loslassen. Hahaha. Wird nach dem Aktivieren dieser Fertigkeit von einer Rattenschar begleitet. Oh, ich hab' ne Dark Knight gemacht jetzt. Boah, ich bin ne Dark Knight! Ja, machst du die alle? Ich mach' ne Dark Knight, mach' ich jetzt. Boah, ich hab' ne Dark Knight gemacht. Soll ich dir helfen? Ich bin ja dein bester Freund, ne? Ja, du bist mein bester Freund. Ah, stimmt. Du weißt mal, du bist... Aber ich geh' mal nach oben helfen, eben. Aha. Mein Teammitglied ist erbarmungslos, ja. Krass, die kriegen auf Schnauze, wa? Oh, jetzt, boah, jetzt, ich mach' dich, mach' dich, bummst' dich, sag's halt. Ich geh' mal nach oben, ich geh' da hoch. Ja, du bist am Abgehen. Warte, ich bin am Abgehen. Boah, ich bin... Du bist der erste, ich bin zweiter. Ach so, unter dem Turm, wo du gerade bist, ne? Ja. Wenn da einer angreift, ne? Oder wenn du den Turm angreifst und da ist jemand, dann schießt der Turm auf dich, ne? Ja, egal. Und der macht mehr Schaden als bei LOL. Boah, ich bin schon ein guter Batman. Bist du das? Ja. Boah, komm her, ich mach' dich fertig! Ich bin tot! Ich hab' den gekillt. Ja, hahaha. Ich hab' den gekillt, geil, ne? Das Teammitglied ist übermächtig. Ich habe einen Gegner besiegt. Wer ist dein Lieblingscheib? Hast du schon einer? Ach nee, noch nicht. Das ist noch, glaub' ich, ein bisschen früh zu sagen. Ich hab' erst zweimal... Also ich hab' einmal den Joker gespielt, den normalen, der hat aber andere Skills als der hier. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen verwundert gerade. Aber das ist halt auch so'n fetter Joker, ne? Das brauch' ich ein bisschen länger. So, Moopspeed. Oh, die sind zu zweit hier. Ja, läuft schöner durch. Kannst du mit zur Mitte kommen? Ja, ich komm zur Mitte. Wie du läufst. Der Dicke. Haben sie sich auch immer gemobbt in Gotham City? Mich? Ja, als der Dicke Schocker hat. Nee. Also da hatte ich keine Probleme, weil ich hab' halt jeden Eiskalt getötet, ne? Ja, ich weiß. Da! Jawoll, jetzt gibt's auch Schnauze hier. Oh, ich bin getötet worden. Aber egal. Ich hab' auf jeden Fall vorher gut rausgehauen. Juhu! Oh, ich hab' sie gebombst, hab' ich den Wahnsinn. Ach hier, man kann unten auch noch alle machen. Was, alle? Äh, alle Artefakte. Dann kannst du noch andere kaufen. Das kauf' ich mir mal. Ich bin gelähmt. Und noch das hier. Da kann ich mich noch heilen. Da sind so komische rote Dicke, sind da immer am Boden. Was machen die? Am Boden? Mhm. Wo? Das rote Dicke. Ach so, diese Flecken da auf der Map? Ja. Ja, da schlägt jetzt, glaub ich, die Orbitalkanone ein oder so. Muss mal achten. Da, siehste? Da, wo ich grad stehe, das da. Unten bin ich. Ach so, ja, das weiß ich auch noch nicht so genau, was das ist. Oder heilt man sich da? Nee, ne? Pff, nee, das sind die Plus. Die grünen Kreuze da. Keine Ahnung, was das ist. Ach so, nix. Boah, die so was zerfetzt, ey. Boah, die so was zerfetzt, ey. Batman und Catwoman halt. Batman und Catwoman halt. Ja, Batman und Catwoman halt. Ja, Batman und Catwoman. Ja, ich war Catwoman überschrieb. Was siehst du? Ach, ja. Die war schon nice. Die war schon nicht das schlechteste. So. Jetzt schlagen wir erstmal die Minions kaputt, noch ein bisschen Geld. Die geben 35 pro manchmal sogar, ne? Ich hab gekillt. Ne? Pff. Ja, ich hab' den Waintower besetzt. Na ja, fern wir jetzt gleich hier, die, oder ist das die Tankstelle oder what? Oh, boah, da war Ulti. Das hat mich gekillt. Was war das denn? Alter. Ich will auf jeden Fall schnell explodiert, weil ich. Die Triple Kill, was ist mit der? Wem spielt die? Was ist das? Star Sapphire? Star Sapphire? Ja, das ist nicht los. Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber Poison Ivy kennst du? Ja, die kenne ich natürlich. Ja, ja, ja. Von wie wurde die noch mal gespielt? Oh, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr so, ich keine Ahnung. Die war ja eben, wo da Mr. Freeze war und Mr. Freeze war Arnold Schwarzenegel. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Weiß ich gar nicht mehr, ist so lange her alles, ey. Ja. Ich geh mal wieder nach oben. 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 Ein Teammitglied ist erbarmungslos. Bist du gar nicht neidisch? Nee. So, jetzt hauen wir den mal auf Schnauze hier. Wahnsinn, was die reinhauen. Ja. Yes, gekillt. Ich hab ein Gegner besiegt. Oh, jetzt sterbe ich. Scheiße, aber... Ich hoffe, der Super... Suspartakus... Nee, Supartakus. Der macht die beide noch. Nee, macht er aber nicht. Scheiße. Ich hab gedacht, der macht die noch. Robert! Ein Teammitglied wurde besiegt. Ein Teammitglied wurde besiegt. Ich glaube, ich spiele dieses Supartakus dann. Nee, das war der Spiel. Wie heißt der mit dem Peilen? Ist das der Arrow oder irgendwas? Ja, Green Arrow. Ja. Okay, cool. Man kann auch Autos tragen, gell? Ja, ich weiß noch nicht wie genau. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer ist das hier? Der Wayne Tower besetzt hier. Wayne Tower besetzt? Der Gegner an die Metro Station. Das ist hier Green Arrow. Der ist hier. Der lauf ich schneller. Ist ja geil. Oh komm, den holen wir uns. Ja, den holen wir uns auch. Obwohl, vielleicht auch nicht. Scheiße, die ist nicht mehr eingeschlagen. Oh, nicht mehr getroffen oder was? Ne, pass auf, nicht da lang. Ja, ich will. Wir werden uns hier unten den Punkt holen. Oh, die haben die Orbitalkanone abgefeuert. Warte, da kommt der grüne Penner! Yes! Oh, lol, da verbiert's meine Ulti. Shit, nehm die! Ich bin dabei. Ah, sie fett mich. Was, wie konnte die Batman kill? Ich hab auch gedacht, aber du musst bedenken, die viele Kinderträume hat der Platz lassen. Jawohl, das gesehen zerlegte, ey. So, bis zur Liga. Gekillt habe ich den Spacko, ey, krass. So, wo wir mal eben ein Ding hier und mit den Minions zusammen. Ja. Oh, geil. Oh, geil. Wie lauf ich schneller? Oh, guck mal. Ja, durch diese Blitze auf der Map. Ja, aber Items. Ja, sonst gibt's auch Bewegungsgeschwindigkeit. Du kannst unten links nochmal alle Items drücken, ne? Wir drücken? Wir haben gewonnen. Oh, es fiel gewonnen. Sie sind oben. Krass, ne? Geil. Ja. Ja, das Spiel gewonnen. So machen wir das. High Skill, ne? So machen wir das weiter. Das war schon cool. Es war halt ein bisschen verwirrend und der taktische Aspekt ist für dich nicht zugegeben. Für dich? Ne, das stimmt wohl. Ja? Dann wirst du noch gefragt, was du machen willst. Ja. Wie fandest du das Gameplay? Ja, ich war schon lustig. Aber gut, ich kann nix sagen, weißt du? Ja, wir machen ja noch eins, ne? Dann seht ihr in der nächsten Folge. Also haut rein. Tschüss. Okay, gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020